Ja hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft, eher gesagt Vaultcraft. Das wird ein etwas anderes Minecraft Let's Play und zwar ich habe ein paar Mods drin. Ich spiele die 1.1 und ich habe den Mod Wasteland drin. Nicht mal hoch. Let's Survive. Das Spiel, wo das Überleben passt, ja. Retra-Welt-Option, Standard, ja. Achso, okay, ja. Ähm. Ja, was ich dazu sagen muss, beziehungsweise will, ist eigentlich, ähm, dass es normalerweise nicht so lange dauern sollte. Ah, okay. Ach, ich hoffe, das kommt jetzt alles mit dem, äh, Ton hin. Weil ich den Ton extern aufnehme. Ja. Ich hoffe, es ist auch laut genug. Ja, ähm, Let's Survive ist das jetzt. Es ist, ähm, ja, ein Fallout-Mod quasi. Also, es gibt nur noch Dreckwüsten und Sandwüsten. Äh, es gibt keine Bäume mehr. Es ist alles total verseucht und man muss wirklich ums Überleben kämpfen. Und zwischendurch gibt's Ruinen von alten Häusern, von kleinen Städten, Bibliotheken, wo man sich dann, äh, ja, alles Mögliche rausräumen kann aus den Häusern und so. Ja, ähm, okay. Okay. Schön. Ja, ähm, ja, die Welt muss ich jetzt erstmal noch aufbauen. Es ruckelt aber ganz schön, äh. Ähm. Ja, es ist... Hm. Naja. Ich werd mal kurz nen Cut machen und dann... Ja, und da bin ich wieder und jetzt geht es einigermaßen, ähm. Ja. Also, hier gibt's halt... Ähm, nee, das muss ich anders machen. So funktioniert das. Ähm, erstmal rupp ich mir hier das ganze Holz weg. Weil eine andere Möglichkeit gibt's leider nicht, an Holz zu kommen. Und... Ähm, ähm... Ja, ich spiele jetzt im Moment noch auf Peaceful. Achso, ähm, ja, ich spiele mit dem... Vault-Craft-Texture-Pack, was so ein bisschen Fallout-mäßig ist und hier, das ist irgendein Grafik-Bug, keine Ahnung wieso. Ähm, das ist Moss-Stone hier und das ist normaler Kobbel. Ähm, ja, ich spiele jetzt schon mal eine Workbench-Machung-Machung-Machung-Machung-Machung-Machung-Machung-Machung-Machung-Machung. Hm, Moment mal, kann ich eigentlich... äh, Kobbel so mit der Hand abbauen? Droppt der dann was? Das finde ich ideal. Nein, kann ich nicht. Pff, dann nehme ich mir die erstmal wieder mit. Und guck da vorne, da ist noch eine Ruine. So, ich werde die Links für den Mod und für das Texture-Pack noch in die Videobeschreibung packen. So, ähm... Noch zwei, dann mache ich mir eine Spitzhacke. Und da hinten habe ich Eisen gesehen. Das hole ich mir gleich hoch. So. Und... Und... Hoch. Ja, so. Das ist ein Baseball-Pfleger. Als Spitzhacke. So. Ob ich mir das raus... Woa. Oh. Ähm. Ja. Das da, die Druckplatte, das ist eine Mine. Oh, Redstone. Oh. Ähm. Das schnapp ich mir mal, die Mine. Da. So. Okay. Wäre die auch entschärft. Beim ersten Mal, als ich das gesagt habe, bin ich mitten reingelatscht. Da hat es mich voll weggefetzt. Und nochmal Redstone. Jut. Äh, was wollte ich jetzt machen? Genau. Ähm. Pflasterstein. Eine Steinspitzhacke. Ah, Mist. Egal, ob ich mir jetzt hier noch drei... Ne, zwei davon raus. Mach mir ne... Ach. Achso, ne. Ja, doch. Ach, Quatsch. Äh. Ich bin auch doof. So, ne. Axt. Gut. Da-da. Ja, mal gucken, wie... Was dieses... Wie weit ich dieses, äh... Let's Play machen werde. Ich werde später, wenn wir ein bisschen Zeug haben und sowas auf... Ähm. Normal spielen. Also nicht mehr auf Peaceful. Aber so ist es halt ein bisschen blöd. Es wäre ja nochmal ein bisschen schwieriger. Ja, mal gucken. So. Gut. Jetzt wieder... Zehn Minuten rum, äh, und... Und nicht wirklich was gemacht. Oh, ich hätte beinahe meine Workbench vergessen. Och. Wo war's denn jetzt? Ach, und das Eisen wollte ich mir ja auch noch schnappen. Ah, ob ich das noch wieder finde? Ah, ich probier's einfach mal. Ja. Ah, das war auch noch eins, soweit ich das gesehen habe. Aber vielleicht verbirgt sich in der Wand noch mehr. Das wäre natürlich super. Was ist das denn? Steinspitzacke. Achso. Äh, warte, wo war das? Da hatte ich grad den Cut gemacht. Da hab ich das gesehen. Ah, da unten. Genau, Eisen. Gut, jetzt bräuchten wir nur noch Kohle. Das ist... Kies. Gravel. Leck, 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 leck. Ähm, uuuh. Gut, schnapp ich mir das. Und hinterher findet man halt auch, es gibt auch, oh, ja, größere Ruinen. Von Bibliotheken zum Beispiel. Oder von irgendwelchen Brennereien. Das sind ganz viele Öfen und sowas. Vielleicht kann ich jetzt noch in diesem Part eine zeigen oder so. Mal gucken. Uh, Kohle. Ja, das ist eine Batterie. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. So, jetzt krieg ich ganz viele Abonnenten. Ah. Hm. Also an Kohle mangelt es einem hier wirklich nicht. Und das ist Sand. Ja. Ja, 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 ja. Da oben ist doch... Wenn mich nicht alles täuscht. Ah. Hier, Eisen und Kohle. Oh, mein Hals ist trocken, äh. Gleich mal was trinken. Oh, so. Das schnapp ich mir. Und dann, ähm... Ja. Ich weiß gar nicht, was der Tacho sagt. Ja, ich müsste mal gleich eine Pause machen. Weil ich das auch noch reindern muss. Und... Uh. Glowstone. Ja. Ja. Also zwischendurch gibt's mal Bäume. Ja. Ja. Und ich sag jetzt die ganze Zeit ja. Ja. Ja, ja. Das ist die Lava, soweit... Oder? Kann ich irgendwas da... Brauch ich irgendwas nicht mehr? Okay, die Holzbetöcke. Ja, das ist Lava. Und das ist... ...ne Pflanze. Schön. Weit und breit nichts. Ja, dann würde ich sagen, hier... ...mach ich ne Pause. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss. Und wir sehen uns dann... Schönenキassen ...